Bei mir ging es ja echt runter in Zittern, ich musste mittags schlafen gehen. Bäh! Mein Name ist Holger Paasch. Ich habe vor 14 Jahren angefangen für das Fernsehen zu arbeiten, Vox Automobil. Dort habe ich eine Rubrik wie Autodoktoren mit einem Freund. Ja, und mit 40 habe ich hohen Blutdruck bekommen. Und um das ohne Medikament hinzukriegen, da war ein Thema Sport. Dann hieß es, ja, Ernährung ist nicht so gut. Also ich habe ganze Rinderherden über meinen Grill gezogen. So, dann habe ich das versucht einzustellen. Dann ging das relativ schnell bei mir, dass ich Vegetarier geworden bin. Und dann auch Veganer geworden bin. Hat aber jetzt auch nicht so viel gebracht. Ich glaube, eines der großen Themen war dann eben, dass Jan mir erklärt hat, wie das so funktioniert in meinem Körper. Wer soll zu Jan? Alle die, die sich damit irgendwie nicht wohlfühlen. Durch dich habe ich mir Lebensqualität und Lebenszeit geschenkt. Ich empfehle den Typ immer weiter. Es fühlt sich einfach klasse an. Und zu allem Überfluss habe ich 10 Kilo weg.